Hey Leute! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge CSGO. Willkommen mit den alten Spangen, mit dem Nuke, mit dem Jonas, mit dem Lukas und mit dem... Da hatte ich Niko schon. Oh, scheiß drauf. Er übersteuert? Ja. Ja. Oh, scheiße, dann hat er das wieder hochgestellt. Oh Gott, heiß Jonas, wird ihm ja auch noch viel zu laut sein. Er hört die Bommel. Ey Leute, geht doch nicht alle da lang. Die sind alle so um, die wollen nicht viel zu nahe. Tunnel. Tunnel. Yo. Bitte, 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 bitte. Was denn wohl? Wir sagen es einfach so. Ja, ist klar, er gibt mir Headshots. Da ist noch einer in der Mitte mit richtig wenig Leben. Hab einen lang... Der hat auch mir in die Fresse gehauen. Hab ihn. Danke. Warum stellt der meinen Pegel wieder hoch? Der hat mir die... der hat mir die voll in die Fresse gehauen, ey. Kannst das nicht einfach aufstellen, dass das immer aufstellt? Ich hoffe, dass der das macht, ne? Übersteuer ich jetzt? Guck mal, ob er in der AFK sucht. Glaub ich... der AFK sucht. Glaub ich... der AFK sucht. Nein! Er war AFK, er war AFK, er war AFK. Er war AFK, er war AFK, er war AFK, er hat ihm gewonnen, aber... Bester Spieler Knopper! Wie unser ganzes Team Silber 1 ist, bis auf Fabian. Ja, wir geben ihm die Schuld, wenn... Ey, komm, das wird ihn zu Null. Schieß dir gleich in den Kopf, ja? Niemals. Also... Du sagst, du stellst dir mal physikgeil aus. Zu A. Serga? Wohin? Zu A. Du kannst dich noch keine AWPs leisten, also rush over A. A kurz, A lang. Rückwärts laufen. A lang. 2 gehen A lang, 3 gehen A kurz. Nein! Block bleiben, Block bleiben. Ist sicherer. Es ist ein 3 zu B. Alter, ja genau, wie viel schluckst du denn noch, du in unser Ficker? Ernsthaft? Alle runter... Auf eh. Dahinten steht einer. Wer hat die Long Rage Waffe? Hier steht keiner. Doch, dahinten auf BR. Noll! A Spot. Hier war einer. Ohne Scheiß, hier war einer. Komm, 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 komm. Da hinten ist da. Kackwurchen. Den kauf ich mir. Ich war geblendet, oder was? Niko! Du mit der Long Rage Waffe! Hallo, A lang! A lang, Lukas, A lang! Schieß! Alter! Mann, ich war geblendet! Du bist so ein Vollpfosten! Mann. Jetzt bin mir allein. Dann werde ich dafür nochmal gebannt. Ist nur noch der eine davon auch der einzigste war auf ihm. Get him! Man muss doch wohl mal merken, ob das ein Teamkamerad ist oder nicht. Ey, pass auf, dass der jetzt gerade defused ist. Kann der nicht. Kann der nicht. ich war da ich nur drauf da kommt doch ja ich stand da haupten pfosten gemessert was machen wir? B filmen du darfst schreiten wegen B der Bombenträger darf wohl denn schreiten oder? ja weil wir nicht nur immer nach Lukas in der Reihe gehen können was hast du gesagt Niko? 3 zu B ok komm Jonas runter ist irgendwo nicht cool einer steht da mit ner AUG hinter dieser Mauer ok ab ihn danke hinter uns wie schnell der mich einfach kriegt ja von wo? ja CT ist einer und Dings ist einer wir sind noch zu zweit gegen 3 Lukas da nein alter der hat mir nen Headshot oh god wie auf einmal die Action losging mit der Schrotze ne ist das ja auch glaube ich war verfahren nicht schwer ich hasse die P250 ne die ist geil oh mein Nase ist so dicht ey P250 ist die beste was überhaupt nein ah doch g18 da wird nicht zu einer gleich wieder 1 2 einer ist zu BD oder 2 3 die haben alle überlebt gut wir haben alle überlebt gut wow der war ja scheiße nach links ist einer gegangen mal kurz und CT steht dann immer noch 490 warte warte das ist ja nie okay was ist denn da ist Lukas der ist tot nehm doch die M4 äh Dings da wow ich stuck mich schon gleich nice Jonas wie pausier ich nochmal die Aufnahme diese äh alt F12 alt F4 alt große glaube ich ach scheiße ja bombe und ich sag mir den D der Ende ist einfach und mach's dann wieder weiter ich sag wie den D der Ende ist einfach und schneit es okay so leute da sind wir wieder klein unterbrechen zwischendurch uns musste sich nur einmal kurz den Arsch schnauben ja ich hoffe ich werde die beiden Aufnahmen wieder finden und zusammenstehen können dich dann ist verschenken boah bin ich geslashed alter ja nein ich hab's voll erwischt hin in der Ecke sitzt auch noch boah easy heee oh ich hab die Bombe boah mitte schön nice hehehe Moritz nimm mal da die Waffe da vorne ist nimm die nimm die ist besser nimm die doch hey wer schießt mich an ja siehst du doch für gewöhnlich würde ich jetzt sagen Lukas aber das ist Lukas nicht wahr hey Jonas ist immer der 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 nein das ist wir schreiten die sich nicht wieder weil ich auf jemanden rufen habe ja genau Fabian wo gehen wir hin a 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 jetzt nicht stehen bleiben leute wo er läuft mit erfassen fußfeld alter nicht gut eine komponente ich habe mich durch die faktik vom komplett von hinten und eigentlich war scheiß ich habe geschissen richtige noch geplätet und panisch gerannt ich habe bei mir kein profil bild ich habe drückt also ich sagen wir auch mal behaupten allang oder ja mal annau los auf die auch ja lasse aufteilen dann können die nicht wieder von hinten kommen alleine da ist einer recht als ob da ist einer in der mitte einer in der mitte der kommt zwar kurz er ja ich weiß dass die drei monaten wo es in die bombe plant rente oben nicht vor der springt auf gehörten mir wo er was wir von dir lukas wirklich meine position ich will mich vor den städten so jetzt erstmal schön wie auch seine leiche schenke bei ihm ist das auch immer so du bist dass ihn einmal der rastet komplett aus du und dann aber selber schießt du mal jeden zweiten typ man zwei alle direkt links der ist zurück der ist zurück rechts wie viel ist die wert jonas ist so ein mongole kommt es einfach nicht drauf mich hat er erwischt die war ja richtig gut ich warte einfach noch nicht der kommt da kurz und oder lang wie sie immer ein wenig an den lico die immer bitte in die ecke ich stehe verdammt scheiße auf der war doch drauf ja das ist das aber ich hätte nur 10 hp er wird so können die von oben und Prozent und schärfen weil die scheiße liegt typisch wie ein breit ich nicht ich habe ja komm genau es ist ja die dringende ich will er nicht so das ist kirkka bbb es geht denn ich will ich auch hier und nun ich bin auch für dich ja ich kann auch einfach ein pushen ja wie soll ich nicht die andere der gift um ja mich holt es sagt hier bitte ganz übertrieben heftig da kommt einer oben oder noch einer durch noch durch tour luka man muss ich dann irgendwie man muss irgendwie eine leiche produzieren und besser besser ich glaube die ganze zeit über kurze ist einfach kein hier läuft überall lang durch gemütze ich möchte ich nicht alle über mach mal mit was hat er gewartet okay mitte kunder also zählte waffe finger weg ich flash du hast noch voll drauf gehalten ich hab ihn voll in die kopf geschossen da ist unten steht da unten noch oh da ist noch einen da unten steht da unten noch der ist akkurz 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 nach hinten gegangen landet einfach ja ja wo ist denn die bombe äh a lang a lang a lang a lang weiter nach unten zählen das ist wirklich so eine nur bei dem beinem gehe nicht bei jeder waffe aber so wenn ihr b geht dann gucke ich kurz in der mitte ich gebe euch den tipp stellt euer fadenkreuz auf statisch haben wir das ist viel besser und wieviel gehen zu b ich glaube moritz hat das nicht ich glaube jetzt einfach mal hier irgendwie ja ja b würde ich dann sein lassen ja das ist ja ich kann aber ich habe zwei leute bekommen das war jetzt echt scheiße bei mir und die kuh da kommt jetzt auch noch ich habe ja nicht bewegen wir haben nur den hondor vor euch ja beide gleichzeitig was hatte fabian gerade für ein glück das ist kein glück er hat sich einfach nur lag dass ich dem schon 50 schaden anfang der runde eingedrückt habe fabian das war glück aber gut gemacht fabian jura ist die wahrscheinlichkeit dass ich den kopf treffe warte mal das war ein glück er hat sich einfach schon er hat sich einfach schon läuft no life ne mir ist egal wo ihr lang lauft ich laufe immer wo eigentlich überall ist ich laufe immer mit alter das ist bitter ja genau ey oh die schadkant steht in der mitte ich laufe brauchst du jetzt ja nicht wieder einer wie geister rauskommen ich laufe alles ich so jetzt brauchen wir eine leiche die wir hier nehmen bleib kurz gelb nico ja ist gemolotowt gemolotowt ja trotzdem ist gleich weg ich save da doch schon wieso rüber alter ja kurz alan olz alan 2 lucas da steht noch die awe lasse es das das was die ave probiert direkt hoch ja du stebst doch von der bombe bring mal hoch den typ du stebst doch von der bombe quatsch drei drei ja ja Der Terrorist gewinnt Nicht meine MVP Oh mein Gott Ja, die stehen da mit Shotguns Die können nichts anderes außer Shotguns Okay, der hat mich jetzt Oh Moritz Das waren ein paar gute Schüsse Nice Blanted Bombe, komm her Ja, ich komme doch Du kommst zwar Lebt der Honda noch? Bist du schlau Boah, ey, du bist so schlau Du bist so schlau Alang Er stirbt jetzt Er stirbt jetzt Wie du das auch noch sagst Hab ich denn noch Punkte fürs Bombe? Nein Nein Du hast die Bombe ja nicht geplayt Ich sag auch noch, der kommt Akkurs mit einer Ava Aber... Ja, ich dachte, ich mach das Er stirbt jetzt Er stirbt jetzt Es witzig ist immer, wenn du sagst, er stirbt jetzt, bam Ist er wirklich tot Ja, ich wusste das doch Das war auch die logische B B, 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 B Ja, ich hab nur nur A Ich hab keine A, aber okay Ja, und? Wir können nicht überhaupt nichts auf dich nehmen Nee, ein bisschen Das war's auch so gut Ich wollte ja auch so nur A rumschleuchten Aber nicht Die hoppen dazu drinnen wie die Kurzen Die kommen Alta... Dieser Hodor, der treuert einfach jeden Schuss Ich habe einen Begegnicht Ich habe einen typen mit der... Kann mal egal Lukas, äh... Wenn die Kurze sterben Ne, ne, ne der hat er noch zehn hat er hat er für ein geiles profilbild eigentlich man das ist nicht cool der rodo so sieht er ich weiß ja nicht was sieht aus wie wer ich wollte es immer da ein damit wir aufhängen Oh nein, die Brand hätte mich fast gekillt. Ja, auf B hängen sie wieder. Ja, wir spielen sie. Wieso renne ich eigentlich immer hier hinterher? LOL! Niko, steckt ihr die Arme? Jonas hat die Arme. Was? Was? Ey, ohne Wind, Leute. Nächste Runde wird eine Shotgun-Runde, okay? Ja, ich will dich doch rausstecken. Habe ich eben schon gemacht. Du lenkst mich ab, du fängst in einer Tour an zu sabbeln. Ja, raus! Nacht jetzt. Leute, wir sind jetzt schon... Ja, die führen, Leute, das kann man sich bieten lassen. Was? Die führen? Ja. Die sind die Führer. Okay, Leute. Ich und Jonas gehen zu B, der Rest bleibt auf A. Auf A bleiben? Ja, so irgendwie A kurz. Lukas kann sich einmal daran halten, was ich sage. Ein einziges Mal. Ist das zu viel verlangt? Wir haben gleich geflasht. B kurz drei Leute. Ja, wow. Was? Hä? B durch schon, das macht auch was. Bitte, 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 bitte. Jaja, das geht durch, ich probierte. Um, 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 um. Leute, die sind alle Mist. Loll. Wie sieht der Leiche passiert? Jemand hat das auch hier gesehen? Mh, ich hab dir zugeguckt. So ein richtiger Hecht. Okay, der kommt von der Mitte, der darf in den CRB-Tunnel. Jetzt läuft er wieder mit, kann er sich mal entscheiden? Also er ist noch mit. Du musst nur das sein, nicht die. Oh, Leute. Oh, fuck. Ich hab immer, er hat so ne stark. Alter, ist das sein Ernst, Moritz? Moritz, Moritz. 1, 1. Ah. Du musst dich blenden. Er muss blenden. Ihr über A kurz. Da war er aber. Der hat nur noch vielleicht 5 HP oder so. Ja. Ich hab dem... Du gibst den einfach direkt nen Head. Ja, Alter, nervt jetzt nicht. Okay. Der muss nicht gleich hin. Der hat ne super Waffe, ja. Pass auf. Ja. Ja, ein Headglitch, Alter. Headglitch'n kann wieder. Richtig in die Nutz. Die kurze AFK. Alter. Jetzt geht das wieder. Ey, nur für 10 Sekunden. Ja, das sagst du jedes Mal. Das gleiche wieder. Das gleiche wieder. 2 A lang, äh, 2, äh, 3 A und 2. Hat gut geklappt. Eigentlich. Ja, gut. Hätte das. Wollen wir hätten. Lukas kommt wieder zu, äh, uns. Falschen Zeit. A kurz. Lukas, äh, Jonas, wir gehen B durch. Jonas, wir gehen B durch. Ja, genau. Der hat mich mit... Ah, ja, A kurz, Leute. Die kommen über A kurz. Alle. Ja, Mac7 ist das dein Ernst? Ich weiß nicht, was das ist. Das ist ne Schrotze. Wo? Moritz, mal ganz ehrlich, wo losst du grad lang? LOL. Einen hab ich noch. Die sind... Die planten, Jonas. Du musst nicht gucken, die planten. Ah, die sind genau auf A. Die sind genau alle auf A. Genau alle da in diesem... Oder bei anderen. LOL. Da mach ich doch nichts mit der Pistole. Ja, ich hab... Ah, scheiße, den hab ich zu spät gesehen. Ja, ich hab... Ah, scheiße, den hab ich zu spät gesehen. Guck, wie der Alarm kommt. Ich geh auch kurz. Ne, ich geh auch kurz. Ja, ich mach mit Fabian. Ich guck hier immer nuss. Ah, ja, ja, sie kommen mal lang. Zurück. Richtig geflasht. Da sind sie, da sind sie. Ja, natürlich ein Headshot, während ich sogar springe. Will der mich verarschen? Ah, kurz ist einer mit einer Shotgun. Die kommen alle, alle an. So, blinden jetzt auf A. Ah, da. In der Mitte, da mit der Schrotze. Alter. Es ist ein Scherz. Der gibt mir einfach so im Sprung. Wolltest du's, oder? Weil wir jetzt immer springen. Boah. Weil wir stehen hier dafür, wenn du zum Haufen überrennen, ja. Und mir noch ein Headshot gibt, wenn ich springe. Der kommt voll weit unten. Mutz, wie viel? Du hast noch vier Gegner vor. Die rennen einfach. Das schaffst du niemals. Einfach suchts wenigstens. Alter. Ja. Der kann doch nichts anderes. Guck mal, da hätt sogar einen in der Ecke geklemmt mit der Schrotze. So, jetzt kann ich mir ne richtige Waffe mal leisten. Ja, ich bin nicht. Was die können, kann ich auch. Ich mach mal Sparmodus. Ich mach mal Sparmodus. Ingo, weil wir wetten, das wird nichts. Ja, wird's auch nicht. Aber eingeh mich mit. Ey, Lukas, komm mit auf, komm mit zum Container. Ich helf dir rauf. Hm? Oder Fabian, dir helf ich rauf. Ähm, wir werden zu spät sein. Wir kommen gleich. Warte. Die sind B. Okay, sind B. Okay, dann geh durch. Scheiße, aber nicht stehen bleiben, Lukas. Einfach. Ja, halten Meter Abstand. Halten Meter Abstand. Tunnel, 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 B-Tunnel. Bombe. Bitte, 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 bitte kill den Dank. Haben die Runde holt? Ja. Oh, B-Tunnel, ja. Oh, da ist was. Von wem hab ich da so ne Schrotze? Äh, B, jetzt sind sie auf B-Spot. Einen hab ich bei B. Rudor ist auf B-Spot. Hat aber keine Awe. Moritz, du machst's richtig, Mann. Du gehst da wenigstens hin. Bei der Bombe. Achtung beim Tor, links. Ja, direkt beim Tor, Moritz. Du machst den. Nice. Party. War echt nice. So, jetzt könnt ihr nicht mal was richtiges kaufen, Wille. Ich geh jetzt mal mit zu B. FDB kurz, welches fair, was hab? IKKO? Ja, wenn ich weiß, dass die IA kommt. Ja, ich glaub, die sich mal sehr wohl wieder A. Warum hast du eigentlich so ein oranges Redezeichen, Dings da? Wetz? Anstatt ein blaues. Was? Deine Redezeichen, Dings da. Ja. Da kam gerade ne Granate durch, also ich denke mal, die kommen. Ach so. Ja, guck, da sind's. Alter. Der King an Aave. Fabian verzieht sich da. Oh, Mann. Achtung, das Aave, das Aave, das Aave. Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen hier? Äh, ihr müsstet euch mal... Nikola ist keiner. Ach, da war er. Ach so, da. Okay. Der hat die Bombe mit, der hat die Geh einfach hin. Geh einfach hin. Geh einfach hin. Jonas? Ich war direkt drauf auf ihm. Du musst mal weiter nach unten ziehen. Ja, wenn er ein Auto ist. So, die Aave hab ich. Nun hast du die Schüsse. Du hast gerade ernsthaft die Aave mit ner Dings gemacht, mit Duel bei Ritters. Ja. Hehehe. Glamage. Zumindest hat der Sniper in der Hand oder so. Doch, ich hab sogar ne Brandkorn da drin. Äh, Fabian bewegt ihn in die Mitte. Äh, ja. Die Mitte? Nein. Ohhhh. Der Traufe jetzt. Genau. Fabian, dreh dich ab und du mal um. Nein, drehen ist was für... Der blendet bestimmt B. Ne, der kommt allein. Ich hab Angst. Also die haben beide Fernkampfwaffen. Der eine hat noch ne Aave, der andere hat ne M4 Schall gedämpft. Da in der Mitte war einer. Da war einer. CT. Ja. Ja. Ja, die sind BGG. Die hässliche Schall gedämpft der M4 von Jonas. Hä? Welches? Wow. Fabian, lass es. Die ist mega geil, die Brasilik. Lass es. Oh, echt? Das kannst du nicht gewinnen, Fabian. Ist doch egal. Was? Was soll ich machen? Noch warten bis die Bombo? Was wie? Ihn töten. Ja, so heißt sie. Du kannst überleben. Einen Tag. Ich geh auf A, ich hab ne SSG. Ich geh auch A. Ich mach wieder Sparrunde hier. Juuu. Ist klar. Ich hab aber nur ne Pistole. Ich hab auch ne P90. Ja, mach ich schon weit. Ich hab die P90 im Desert Warfare. Je nach dir. Alter. Ich hab grad Lack gehabt. Ja, sind Schuss gespürt. Ja, so im Vorbeigehen so zwischen den... War ich nicht grad in diesem B? Nee. Alter, Alter. Lange ist einer. Oh, Flash. Pass einfach auf. Du kannst dich nicht sehen, dann kannst du dich von hinten killen. Nice, Nico. Fagab, komm raus. Geht sein A auf... Er zieht... Mitte. Ja, er geht jetzt zu A-Sport. Ich glaub da ist keiner da. Das ist keine Shotgun. Das ist zu A. Ab die Aave. Ja, nice. Fabian, Achtung! Da ist Shotgun! Da ist Shotgun! Gehst du? Nice. Alter, aber nicht schlecht hatten der Shotgun-Typ geschossen. Der hat seine Pistole in der Hand gelaufen. Wow. Wer kam das für euch da? Ich hab mir die Shotgun vernehmt. Achso, wir möchten den SSG von Jonas? Nee. Nö. Jonas willst du nicht dann? Niko, wir gehen wieder B und die anderen gehen wieder A. Ja. Ja, ich mag... Ich gehe A kurz. Ich gehe A kurz. A kurz. Da ist A auf und B. Nee, gehe A lang. Was ist? Ähm, Lukas, kannst du noch mal sagen, wie diese Mixes-Dinger heißen? A kurz, kommt einer. A kurz kommt viele. Ja, A lang ist auch nicht Schluss. Ja, ja, kurz. Sind sie alle. Oh ja. Mann, der Typ mit der Shot! Nee, Niko, wir gehen hier hinten lang. Nein, 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 alter. Wir gehen hier hinten und dann zu. Dann zu, A kurz. Mann, der Typ mit der Schotze. Los, fickt die alle mit der Schotze. Da ist, glaub ich, noch einer. Ich bin nicht sicher, aber... Boah, mir liegt A, glaub ich. Fuck. A kurz. A kurz. A kurz. Der müsste reintürgen. Anfang zu planen. Anfang zu planen. Wurde jetzt, guck. Ja. Neu, der weggeflogen ist. Wieder weggeflogen ist. Der guckt bei Niko so. Ja, ich auch. Und dann... Wuiiii. Der sah richtig geil aus. Der sah richtig geil aus. Ja, ich hab echt Angst gehabt, dass wir den Schuss verhauen. Plänten aber irgendwie auch mega selten, ne? Hm. Also, ich kann das sogar noch gewinnen. Ich geh A lang, weil ich A war. Bitte geh einer A kurz. Fabian geh A kurz. A kurz. Die, wieso gehen wir jetzt? Die führen... Neu, die haben nen Bot. Ich hab diesen B. Du machst das mit A kurz, Jana? B, 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 Aaaaah! Die überrennt uns hier. Irgendwie, ich weiß noch. Ja, komm komm. Ja, ich bin tot. Alles. Jonas. Ja. Alter, dein Ernst, Jonas. Wie hat der das... Ja. Was? Da ist Fabian, da ist jetzt einer noch auf B-Spot. Der hat ja auch genug. Eins gegen zwei. Jetzt geht er einfach hin. Fabian, was machst du? Geh einfach. Der hat ne P-19. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist... Das ist... Der hat mir nen Header aggregiert. Das ist keine... Dann hat er doch die Bombe geplant bekommen. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ey, ich hatte ein Messer in der Hand. Soll ich das werfen, oder was? Ja. Okay, mach ich demnächst, wenn's geht. Ich geh wieder. Ja, ich auch. Komm, Fabian. Wir machen ein A. Ey, ich muss ein Sparhunde machen. Deswegen hab ich ein neues Tor. Ist egal. Ach, die Fuse-Kits scheiße. Ist egal, wenn zu wie vor mit der Schrotze da läuft die seine Typ. Da ist einer. Sag doch, dass du flasht. Das ist ihn durch. Niko durch. Niko durch. Niko durch. Hinten auf Allang rauf. Fabian. Fabian, Räuberleiter. Räuberleiter, Fabian. Der kann doch nicht mehr viele haben. Ja egal. Die Bomben militär noch. Die müssen ja gehen. Wirst du da hoch? Hinter dir, hinter dir. Hinter euch. Was? Stimmt. Besser. Aua. Niko, da ist er. Da sind zwei. Pass auf. Äh. Ich hab den mit der Awe sogar noch getroffen. Niko, der hat noch nur... Alter. Das sah toll aus. Müsst aufpassen, da könnten zwei durchkommen. Jonas nachladen. Zwei. Achtung. Die war scheiß geworfen. Nö. Jonas, geh nicht zu offen. Okay, die wollte er nicht mehr durch, glaub ich. Jonas möchtest du auf? Jonas, wenn du... Das denk ich mal laufen. Ja, was wenn du... Das denk ich mal laufen. Lass mich mal rauf, Jonas. Lass mich mal rauf, Jonas. Guck mal da hoch, ja. Jonas, lass mich mal rauf. Ja. Ja. Lukas, geh auf A kurz. Da ist keiner. Ja, geh auf A kurz. Ach so, die Bombe liegt da, okay. Bleib einfach da. Bleib einfach da. Bleib einfach da. Du musst noch 20 Sekunden die Bombe verteidigen. Ich bin immer noch da. Okay. Fuck. Aber Jonas, das nächste Mal lässt du mich auf dem Container rauf, ja? Wenn die noch eine Runde machen, dann können wir nicht mehr gewinnen. So was ist assi, wenn man dann so irgendein nicht rauf hilft. Sieh auch immer nicht rum hier. Komm, equipt euch besser. Kann ich nicht. Das ist eh nicht die Last-Round, Junge. Hast du mir gar nicht zuhört, Moritz? Was denn? Hat er nicht. B, 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 B. Weiter. Ja. Alle B. Da sind schon durch. Äh, ne, die kommen jetzt B unten. B, um da sind mitzukommen jetzt. Ähm. Ja, ich hab die Arbeit gesehen. Niko, push den einfach, wenn du aus der Entfernung mit dem kämpfst. Niko, der war doch rechts. Boah, Alter, du musst so lachen. Das war gerade richtig schlecht. Ja, ich weiß, aber mein Konzentrat ist jetzt aber weg. Nicht rennen. Ne, da ist ja einer, Fabian, rechts um die Ecke. Was? Links. Hinter dem Container direkt. Hinter dem Karton. Da oben war einer. Nein! Er hat mich. Oh, warte. Echt schlimm. Von hinten, oder? Ja. Ja. Hört man doch, wo die Schüsse herkommen. Weißt du, vorhin den gesamten Clan als Gegnerteam gehabt, ne? Und der war schlechter. Fertig. Du bist ja behindert bis zuletzt. Er hat mich angerufen. Ja, ich hab zwei Leute weggeholt. Boah, Alter, weißt du, was mich getötet hat? Hm? Moritz? Deine P90. Ren doch noch lauter. Nein, das kann nicht sein. Oh, sie stehen alle. Alter. Hast du das noch nicht gecheckt, dass ich und Niko von der Autosniper weggeholt worden? Alter, aber das war jetzt so scheiße, Alter. Dann hebe ich deine scheiß Waffe auf und glaube ich sterbe ich. Hä, du bist durch die Autosniper auch gestaunt. Ich glaub's auch. Ja, aber ich hab mich drauf eingestellt, dass ich gleich mit meiner Pistole losgehe. Auf einmal nimmt er die scheiß P90 auf und muss erst nachladen. In der Sekunde hat er mich abgeknallt. Ja, aber nicht mit der P90. Deine P90 hat mich getötet, du Schwache. Nein. Weil ich sie aufgehoben habe. Du wurdest von der Autosniper gekillt. Ja, deine P90 hat mich definitiv gekillt, weil ich sie aufgehoben habe. Ach so, außerdem. Bleib mal leise. Die laufen gerade alle an dir vorbei. Ja, die sind alle schon vorbei. Denk ich mal. Nein. Nein. Tschüss, Lukas. Das erwarte ich noch wieder. Aber die sind jetzt schon längst auf A oder auf B. Ich bin so gut. Doch, sie waren alle vorbei. Die sind alle vorbei gerade. Die sind einfach alle vorbei. Ja, da stehen sie. Lauf der nicht so leicht. Selbst du sagst. Ich glaube, jetzt ist das so richtig. Ich glaube, das wäre das Beste gewesen. Oh. Oh. Aber das ist schon ganz... Die der beide hocken. Ja, aber echt so weit. Ja, gut, Leute. Das war's wieder. Ja, das war wieder mit einer neuen Runde CSCore. Ja, guck mal, die anderen waren ja alle gewängten. Ich denke, jetzt haben wir keinen Bock erstmal wieder. Alles klar, macht's gut. Bis dahin. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.